Samsung hat ihre S24 Serie vorgestellt, das neue Flagship des Unternehmens und ich war auf dem Event in München und konnte es mir schon anschauen und da habe ich mir jetzt den Tim geschnappt, denn der Tom ist im Urlaub und wir reden jetzt über die neuen Handys. Hallo Tim. Hallo Fagern, schön, dass ich hier sein darf. Wir reden jetzt über die neuen Samsung Flagships, die jetzt rausgekommen sind und es ist ja auch immer so das Ding, Samsung läutet so ein bisschen den Markt ein, weil die Chinesen in China, die sind so ein bisschen außen vor, weil dann kommt es erst später nach Europa, aber so das erste Android Flagship, das ist schon immer Samsung. Und es gibt, wie man das so kennt, gleich drei neue Geräte, das Samsung Galaxy S24 Plus und Ultra. Und was würdest du sagen, was ist so das Gerät, was dich da immer am meisten interessiert? Ja, also mich interessiert schon immer am meisten das Ultra eigentlich. Also das ist ja so immer so, die Ultra-Geräte, ob das jetzt bei Samsung ist oder bei Xiaomi, sind ja eigentlich immer so die Benchmarks, sage ich mal, wo die Hersteller zeigen, okay, das ist das, was wir auf dem technisch höchsten Niveau aktuell so anbieten können. Aber ich glaube, für viele sind auch die normalen S24-Geräte interessant, weil sie ja meist dann doch immer noch ein bisschen kompakter sind und halt auch ein bisschen preisgünstiger. Und ich denke, für den durchschnittlichen Smartphone-Nutzer, der sich aber dennoch halt irgendwie so ein Top-Gerät holen will, ist das dann doch das interessantere Gerät, weil ich meine, so weit sind dann die Ultra-Modelle dann doch nicht weg von den normalen Geräten in der Regel. Man müsste fast meinen, das ist so das Massengerät, das S24, aber tatsächlich verkauft sich das Ultra wohl immer mehr so. Also die Leute wollen sich lieber ein teureres Gerät kaufen, was so das alles hat, vielleicht auch, weil sie es länger benutzen wollen, weil, also das können wir ja schon mal anteasern, Samsung hat die Update-Versprechen nochmal verbessert. Wir hatten ja schon vier Jahre Android-Updates und dann fünf Jahre Sicherheits-Updates. Und das haben sie jetzt auch sieben Jahre erhöht, genauso wie Google. Und damit sind sie dann jetzt halt wirklich sehr gut aufgestellt. Das klingt fast wie ein Zugzwang, als hätte man sich da vielleicht im Zugzwang gesehen. Hat ja Xiaomi zuletzt also ja auch angefangen, mit so Sachen zu versprechen. Ich bin ja mal gespannt, wie das so, wie man da so in der Retro-Perspektive in vier Jahren so drauf schaut. Das ist lustig. Ich habe ja jetzt so ein Android-Update-Video quasi vorbereitet und wie das sich so von 2021 schon bis jetzt gewandelt hat und wie das auch bei Xiaomi funktioniert, da überbieten die teilweise in einem Jahr ihr Update-Versprechen irgendwie so nach und nach. Pures Chaos. Ja, aber ich würde sagen, wir reden direkt mal über das Samsung S24. Und das hat im Vorfeld ja schon so ein paar Leaks darüber gegeben. Also es ist jetzt nicht komplett unbekannt, was dieses Gerät so alles drauf hatte. Und es hat sich natürlich bestätigt, es ist ein Exynos-Prozessor da drin. Sie haben den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 nur in dem Ultra-Flagship verbault und nicht in dem S24. Warte, hol mich nochmal kurz nochmal ab. Früher war das ja gang und gäbe. Dann sind sie letztes oder vorletztes Jahr geswitcht auf? Sie sind letztes Jahr einmal geswitcht. Ansonsten war es immer in dem FE-Gerät. Für die Fans war dann noch der Qualcomm drin. Aber letztes Jahr haben sie komplett auf Snapdragon gesetzt. Dieses Jahr switchen sie halt wieder um, aber halt nicht ganz. Sie sagen die ganze Zeit, das haben sie immer wieder betont, der soll auf jeden Fall besser sein als der 8 Gen 2, eigentlich auch auf dem Level von dem 8 Gen 3. Muss ich jetzt halt irgendwie in der Praxis zeigen, weil besonders bei der Energieeffizienz hatten die ja immer Probleme, dass dann der Snapdragon deutlich länger durchgehalten hat, das Handy. Kann ich schon verstehen, dass das jetzt bei vielen so ein Oh, ja, wissen wir nicht, ob das so eine gute Idee ist mit dem Exynos. Ja, ich frage mich halt, wie das mit der Energieeffizienz aussieht, jetzt gerade so als erstes, ob der da deutlich schlechter abschneidet. Aber vielleicht haben wir dann ja, vielleicht wird das ja dann ein ganz spannender Vergleich, wenn dann eine S24 FE-Geschichte kommt, wo dann vielleicht wieder Qualcomm drin ist. Es wäre dann aber auch wieder eine sehr komische Entscheidung. Also, dann könnten sie es ja vielleicht auch direkt jetzt machen. Es ist halt auch wieder so, dass es so eine Trennung ist. Also in Amerika, die S24, die bekommen ja. Müssen, ja. Ja, weil ich glaube, mit dem LTE oder 5G-Modem, da ist das Problem, dass sie da nicht die Lizenzen haben. Ja, es ist alles schon so ein bisschen komisch. Es hat jetzt quasi so, also das Design ist immer noch sehr ähnlich. Es hat dieses Heritage-Design mit diesen Kameras, die einfach da quasi drauf sind und nicht in so einer Notch. Gibt es neues Material? Nicht beim S24, das ist weiter in so einem Armor-Aluminium und hinten dann Glas. Victus ist da als Schutzglas quasi drauf. Gibt natürlich dann auch G-Laden und ja. Ist relativ ähnlich geblieben, das Design. Ja, wirklich. Zwischen 2021 und 2022 war ja so quasi dieser Switch und ja, doch, von 2021 auf 2022, ne? Oder bin ich da falsch? Doch. Ja, kann sein, ne? Jetzt ist es gerade irgendwie zwischen 2023 und 2024 so, also man sieht das Handy ja meistens, wenn man es nicht selber besitzt, eher so im Vorbeilauf und in der Stadt, wenn sich das jemand ans Ohr hält oder so. Also würde ich jetzt, glaube ich, auf den ersten Blick, wenn ich nicht wüsste, wie die, also genau wüsste, wie die Farben sind vom 23, vom 24, nicht unbedingt so den Unterschied direkt erkennen. Ne, würde ich auch sagen. Also das, da muss man schon ein bisschen genauer drauf gucken. Eine Neuerung, worüber sich, glaube ich, auch Torben sehr freuen würde, weil das ist um eine seiner Kritikpunkte gewesen, ist, dass es jetzt LTPO auch beim Normalen gibt. Das heißt, das Display kann von 1 bis 120 Hertz quasi wechseln. Vorher waren es beim normalen SN24 nur 48 bis 120 Hertz, was dann auch vielleicht der Akkuleistung zugute kommt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht dann sich ausgleicht mit dem Exynos. Man weiß es nicht. Aber ja, das ist ja auch, also keine Ahnung, ich glaube, der Nutzer selber, der merkt ja eigentlich von dieser LTPO-Technik im Alltag, wenn es gut ist, ja eigentlich nichts. Genau, weil wenn er, wenn er halt 120 Hertz braucht, dann sieht er sie und dann, wenn er sie nicht, nicht merkt, dann hat er sie halt eben nicht so und das ist halt einfach nicht unnötig. Also es war tatsächlich, glaube ich, für den Konsumenten nur etwas, was seine Akkuauflaufzeit dann vielleicht merkt. Sind die Akkus denn grundsätzlich gleich groß oder gab es da einen Unterschied? Die Akkus sind, glaube ich, beide gleich groß. Das Plus hat dann natürlich wieder nochmal einen größeren Akku, weil er halt auch ein kleines Stück größer geworden ist. Also das Smartphone ist ein kleines Stück größer. Die sind tatsächlich, die Displays sind alle so 0,1 Zoll größer geworden, aber die Smartphones an sich sind gleich groß, weil sie die Displayränder... Ja, Gehäusegröße, äh, Displaygröße. Genau, die Ränder sind kleiner geworden und das Gehäuse ist gleich geblieben. Also ist vermutlich einfach wieder so von der Hardware, wenn der Exynos performen kann, ein rundes Gerät, was dann vermutlich so den weniger Hardware-Fan überzeugen kann. Also ich würde ihn, glaube ich, abnehmen, dass der, also du kannst mir nicht erzählen, dass irgendjemand im normalen Autonormalverbrauchbetrieb einen Unterschied zwischen dem 8 Gen 2 und dem 8 Gen 3 überhaupt irgendwie merkt. Und wenn der Exynos halt eben in der Performance irgendwie dazwischen liegen sollte, dann sollte das, glaube ich, das Einzige, was halt eben Problem sein kann, ist vielleicht Temperatur und halt eben Akkulaufzeit. Das sind, glaube ich, so die zwei Sachen. Das ist gar nicht die Performance an sich, sondern es sind halt eben eher so diese Sekundärdinger, die dann halt irgendwie auf den Prozessor zurückzuführen sind, die man dann vielleicht im Alltag merkt. Aber wenn sie das mit der, ja, mit der Laufzeit irgendwie in den Griff gekriegt haben, so, das ist halt eben wie bei einer, also auch da, ne? Wie merkst du jetzt eine Performance, also du kaufst ja meistens sowieso nicht direkt das Nachfolgergerät, sondern wahrscheinlich werden jetzt eher die Switchen, die sowieso von einem S20 oder S21 oder so kommen, ne? Und, ja, vielleicht von einem 22er, aber da hast du ja sowieso, bist du einen viel schlechteren Akku gewöhnt, weil der ja sowieso sich schon abgenutzt hat jetzt über zwei oder drei Jahre und hast sowieso nicht mehr die volle Akkukapazität jetzt so im Kopf, sage ich mal einfach, sodass du das, glaube ich, wenn du nicht auf Benchmark guckst, im Alltag nicht merkst, nicht merken wirst. Ja, ich glaube, da ist es dann vielleicht auch die richtige Angehensweise, dass man das dann für die Enthusiasten, die da halt Wert drauflegen, dass dann da halt der beste Prozessor drin ist, dass man das ins Ultra packt, weil das ist vermutlich sowieso das Smartphone, was die Leute kaufen würden. Ja, ich denke, ich denke, so ungefähr wird auch eine Entscheidung bei Samsung abgelaufen sein. Ja, aber kommen wir auch direkt zum Ultra. Da haben wir jetzt eine Neuerung beim Bildschirm. Der war vorher immer curved, so ein bisschen. Der ist jetzt komplett flach. Das haben sie aus Gründen des Feedbacks gemacht, weil der S-Pen ist ja immer dabei. Und wenn man dann an die Ecken kommt, haben sie das Feedback bekommen, dass der S-Pen da nicht mehr so gut funktioniert, weil es dann da so Abneigungen gibt. Verstehe. Macht Sinn. Ich könnte mir auch ein Curved Tablet, stelle ich mir auch echt komisch vor. Und ich glaube allgemein, dieses ganze Curved Edge Display habe ich auch bei uns auf dem, also es war halt, glaube ich, echt, wo es noch so richtig dicke Displayränder gab. Es kam ja so mit dem Galaxy S7 Edge, kam es ja so auf, glaube ich, oder was? Ja, die hießen ja sogar. Ja, genau. Da war es ja sogar mit im Namen so was ganz Besonderes. Aber so im Nachhinein, ich glaube, nachdem die Leute das dann so zwei, drei Jahre benutzt haben, es liegt halt einfach nicht so gut in der Hand. Du hast halt einfach irgendwie immer so das Gefühl, wow, das ist irgendwie dünn an der Seite und irgendwie ist das mit Hüllen dann auch nicht so gut gewesen. Und ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie so die Tendenz mehr wieder zu flachen Bildschirmen geht und zu einem kantigeren Design ja sowieso jetzt in den letzten Jahren. Aber ganz an dem Gebogenen haben sie nicht gespart. Also das Gehäuse ist jetzt so leicht angewinkelt irgendwie. Und der Gehäuserahmen besteht jetzt aus Titan. Ah, haben sie natürlich Inspiration vielleicht gehabt bei einem anderen großen Hersteller, zu dem wir gleich auch nochmal kommen werden. Ich kenne natürlich von Apple, die auch dieses Titan-Gehäuse haben. Ja, also man muss sich auch so ein bisschen fragen, können die überhaupt in der Zeit reagieren? So ein Smartphone ist ja ewig in Entwicklung. Ja, aber da wird ja branchenintern vielleicht auch so ein bisschen, also ich stelle mir das irgendwie so vor wie in der Autoindustrie, dass man halt schon irgendwie weiß, wie so das übernächste Modell, die arbeiten ja auch im Voraus. Und dass man natürlich, wenn man Lieferketten kennt und so und wenn dann halt eben, ich meine, auch Apple musste ja wahrscheinlich so ein, zwei, drei Jahre vorher mal anfangen, sagen so, hey, könntet ihr vielleicht die Kapazitäten so hochfahren, dass wenn wir jetzt quasi eine, ich weiß nicht wie viele Millionen Handys, die davon dann auf den Markt knallen so, aber es sind ja schon einige, da muss ja glaube ich auch eine Kapazität erstmal irgendwo hochgefahren werden. Und ich glaube, dass wenn man in der Branche unterwegs ist, als Samsung, als Hersteller, kriegt man dann vielleicht schon irgendwie Wind davon, dass da irgendwo in irgendeinem Titanwerk die Kapazitäten hochgefahren werden und dass man dann irgendwie eins und eins zusammenzählen kann. Ja, also so findet man das dann vielleicht raus. Beim Display kann man noch sagen, es gibt ja auch so ein Rennen, wer jetzt so das hellste Display hat, da sind die Chinesen ja gerade wie verrückt dran. Samson ist da jetzt auch mit eingestiegen, 2600 Nits Spitzenhelligkeit bekommst du da. Also in der Sonne, da kannst du das Display kennen. Also meinst du, wenn du demnächst, der Scheich in Dubai auf sein Handy blickt, dann braucht der noch die Sonnenbrille. Ja, vielleicht, ja. Aber auch du im Hochsommer hier mit dem S24-Ulsen. Ist das so sinnvoll? Ich weiß nicht. In der Sonne ist das ja schon. In der Sonne, in der prallen Sonne, aber also ich, also mir. Ja, besser haben als brauchen, würde ich da einfach sagen. Es ist genauso wie so ein Akkukapazitätsrennen. Aber da sehe ich es schon noch mehr als bei so Bildschirmherrlichkeiten. Nice to have. Können wir, glaube ich, so als nice to have abstempeln. Nice to have ist auch das Glas, was da jetzt drauf ist. Da gibt es nämlich die nächste Generation an Schutzglas. Das ist das Gorilla-Glas Amor. Hm, wie lieblich. Ja, und das soll jetzt auch noch Reflexion so verringern. So 75 Prozent, haben sie gesagt. Und es soll wieder zweifach kratzresistenter und Sturz, also soll wohl sich nicht brechen. Also das mit dem Licht brechen finde ich interessant. Also wenn das halt, also weil das ist ja auch so ein Ding, was halt gerade in der Sonne nervt, wenn du Reflexion hast und wenn das Glas irgendwie so ergemein weniger Reflexion zulässt, dann ist das ja nicht schlecht. Also keine Ahnung, ich finde mit diesem doppelten Superschutz kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Man betet halt immer, wenn das Handy runterfällt. Auch immer, wenn es so mit dem Display nach unten, die Momente schrötigen, das Display, das ist gebrochen oder das ist nicht gebrochen. Das ist alles möglich. Ja, wichtig natürlich auch immer Kamera. Da gibt es eine neue Quad-Kamera, ist ein ähnliches System. Wir haben wieder diesen 200 Megapixel-Weitwinkel-Sensor. Aber beim Zoom hat sich was verändert. Vorher hatten die ja diesen 10-fach-Zoom optisch. Den haben sie jetzt auf einen 5-fach-Zoom runtergedowngradet, könnte man jetzt sagen. Ah, das ist ja eigentlich ein Downgrade. Dafür aber jetzt mit einem 50 Megapixel-Sensor. Und dann kannst du wieder reinzoomen. und sie sagen, es ist ein optisch ähnlicher 10-fach-Zoom. Und sie sagen, es soll tatsächlich teilweise sogar besser aussehen, weil sie dadurch mehr Bildinhalte haben und das auch mit KI verbessern können. Ich wollte gerade sagen, das ist dann... Die nehmen mehrere Bilder gleichzeitig auf und posten... Erinnert mich an das Mondbild von... Ja, okay, ich bin gespannt. Ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, analog ist immer besser als digital. Ja, vermutlich. Also ich habe auch mal ein paar 10-fach-Zoom-Fotos gemacht. Dass ich jetzt halt auch Fotos irgendwie anschauen, sehen halt mittlerweile alle gut aus. Also man konnte was erkennen, sah auch gut von der Qualität aus. Aber das verstehe ich ja zum Beispiel nicht, warum sie das downgraden. Gab es den 10... Also sie sagen auch, dass die meisten Leute halt den 3-fach- oder den 5-fach-Zoom benutzen und dass der 10-fach-Zoom gar nicht so häufig zum Einsatz kommt. Und deswegen haben sie da jetzt den Fokus draufgelegt. Weil es einfach sinnvoller ist. Ja, okay. Wie unterscheidet sich das Kamera-Line-Up dann von den normalen Samsung Galaxy S24-Geräten? Gibt es da wieder... Hat doch wahrscheinlich wieder vier Kameras, gehe ich jetzt mal voraus. Genau, die hat vier Kameras. Also du hast diese 2-Zoom-Kamera. Das ist doppelt. Und beim normalen hast du nur eine. Und natürlich die Megapixel, die Sensoren sind anders. Also den 200-Megapixel-Sensor kriegst du, glaube ich, nicht im normalen S24. Da bekommst du eine 50-Megapixel-Weitweg-Kamera. Okay, okay. Also haben wir schon auch wieder die bessere Kamera im Ultra. Und wenn du die beste Kamera haben willst, dann musst du wohl zum Ultra-Gerät greifen. Aber nichtsdestotrotz macht ja auch... Also es ist halt auch immer so diese Frage, wie viel macht so ein Sensor eigentlich noch aus? Und wie wichtig ist so ein Sensor und ist nicht eigentlich so dieses ganze KI-Bild-Nachbearbeitung-Software-Zeug eigentlich nicht viel wichtiger? Ich finde, das hat Google immer sehr eindrucksvoll eigentlich mal dann so mit einem Pixel 6, 7a bewiesen. Dass eigentlich Sensor so... Ja, natürlich muss sehr gut sein. Aber wenn du halt eine Software hast, die halt richtig gut ist, dann kommst du halt auch mit einem okayen Sensor ziemlich weit. Da ist halt auch immer so das Ding, bist du jetzt Fotograf und kannst das irgendwie so einordnen, wie ist die Qualität? Oder bist du der normale Nutzer, der sich das anguckt? Das ist ein gutes Bild. Kann ich auf Instagram posten. So, genau. Das ist halt eben auch die Sache. Das ist wahrscheinlich genau das gleiche Spiel wie mit dem Prozessor, wo dann halt eben die super Leistungsenthusiasten halt sagen so, ey, aber der Snapdragon 8 Gen 3 ist halt schon besser. Und deswegen finde ich das jetzt doof, dass der nicht da drin ist. Was ich auch nachvollziehen kann, wenn das halt eben so dein Thema ist, gibt es ja genau so Fotografen, die sagen so, eine Smartphone-Kamera ist Abfall. So, ich will halt meine zehn Objektive auf mein Body drauf machen. So, und da machst du halt nichts mit deiner Smartphone-Kamera. Und dann ist das halt auch noch alles Fake. Und das ganze Bouquet ist ja viel schöner, wenn es halt analog ist und nicht digital. Das kann ich ja auch alles nachvollziehen, aber ich glaube, das Smartphone ist dann halt so in vielen Punkten, sowohl was diese Performance angeht, als auch was die Kamera angeht, halt dann wirklich so dieser gesunde Digitalkamera-Mittelweg-Ersatz. Ja, und das kannst du auch nicht mit so einem Riesenspiegelreflex und solltest du auch nicht mit so einem Riesenspiegelreflex vergleichen. Ja, aber ich muss dich da direkt korrigieren. Du hast gerade gesagt, das ist ein Smartphone. Das ist falsch. Das ist ein AI-Phone. Oh. Samsung läutet die Generation der AI-Phones damit ein. Okay, Entschuldigung. Weiß ich nicht, ob der Name sich durchsetzt. Ich glaube nicht. Das weiß ich auch nicht so genau. Fand ich dann auch interessant, dass man das so bezeichnet. Ja. Aber gut, es gibt viel AI-KI in diesem Gerät. Bei den Fotos natürlich auch viel. Da haben sie jetzt so einen Modus, der quasi, wenn du durch so eine Fensterscheibe ein Foto machst, dann kannst du die rausretuschieren lassen. Das funktioniert ganz gut. Okay. Ab und zu, wenn da so eine Reflexion ist, also die hatten da so blaue Lichter bei dem Presse-Event, das konnte er dann nicht rausretuschieren, weil es halt nicht so als Glasscheibe erkannt worden ist. Also, wieder so, funktioniert bestimmt mal gut, hat dann auch ein gutes Ergebnis, aber wenn dann irgendwie so was Besonderes drin ist, ja, nicht optimal. Und sie haben dann einen ganz interessanten, ja, Weg gefunden, wie sie diese ganze KI behandeln, weil es gibt auch so einen Modus, wo du dann Sachen verschieben kannst, wie bei Google zum Beispiel, dass du halt irgendwie dann doch dankst, obwohl du irgendwie zwei Meter da drunter nur gekommen bist. Oder du hast ein Foto falsch aufgenommen, sodass es ein bisschen quer ist. Dann kannst du es so gerade rücken und dann generiert er das. Ja, hätte ich gedacht, ja, aber ey. Und da haben sie den Weg gewählt, dass sie das mit einem Wasserzeichen versehen. Sobald du KI auf ein Foto anwendest, ist unten, die haben da jetzt so ein neues Logo für die Galaxy AI entwickelt. Das sind so ein paar Sterne. Und das wird als so ein physisches Wasserzeichen in dein Foto getan. Und gleichzeitig wird das auch noch in die Metadaten reingetan. Also, ich glaube, so einen harten Weg hat noch keiner gewählt. Ich finde, das glaube ich, also ich habe gerade überlegt, so, ist das jetzt klug oder ist das nicht klug? Und ich finde es eigentlich, glaube ich, gut, weil, also, es wäre, glaube ich, gut, wenn alle AI-Tools das machen würden. Ich habe mir halt nur gedacht, in dem Moment, also, morgen gibt es doch jede Menge Ratgeber, irgendwie, Google-Suche, Galaxy AI, Wasserzeichen entfernen. Ja, also, ich glaube, für den Nutzer, der das Foto halt einfach sich ausdrucken und einrahmen will, für den ist das blöd. Gut. Ich glaube aber, grundsätzlich wäre es gut, wenn man, also, man weiß ja, wenn man jetzt beispielsweise auf Instagram geht, so weißt du ja gar nicht mehr, welcher Mensch, den ich da gerade sehe, ist eigentlich noch echt und welcher nicht. Ich glaube, wenn man das so auf diese Thematik bezieht, ist es eigentlich gut, wenn Hersteller von sich auch sagen, so, ey, wir kennzeichnen das vernünftig, dass das für Menschen sichtbar ist. Das jetzt, also, aber dann aus Marketing-Perspektive und als Nutzer-Perspektive finde ich das aber total doof. Eigentlich finde ich halt, das müsste irgendwie so unfälschbar sicher in den Metadaten irgendwie hinterlegt sein, weil die kannst du ja auch quasi runterlöschen. Ja, also aus Transparenzgründen finde ich es gut. Ja, und dann müsste quasi von einem Browser, von der App irgendwie das ausgelesen werden und angezeigt werden. Ich finde, im Foto stört es dann auch meistens einfach, also, du willst ja auch nicht irgendwie ein Foto haben. Nee, aber das kriegst du doch auch voll schnell, also dieses Wasserzeichen, hast du einmal in die Photoshop, also in die Photoshop-KI und dann hast du hier Wasserzeichen entfernt. Vermutlich gibt es jetzt bald auch irgendwie eine App, die genau dafür da ist, haben sie einen Galaxy AI Wasserzeichenentferner. Hier packst du dein AdSense-Ding rein und kannst du vermutlich noch auf dem Gerät laufen lassen. Das ist eine gute Geschäftsidee, können wir das bitte mal kurz machen? Wir müssen die Karten, nee, Spaß. Aber Fotos sind natürlich nicht das Einzige, was die ANKI da haben. Die haben zum Beispiel auch so einen Live-Translator, das gab es hier schon mal mit Kopfhörern so ein bisschen, wo du dann halt quasi mit wem telefonierst. Da brauchst du auch nur für einen S24 und dann wird dann zum Beispiel, wenn die andere Person Spanisch redet, dann sagst du was. Dann sagt der Translator quasi genau das aus Spanisch und dann geht das halt so hin und her. Ja, lustig. Die Laura hat mir heute noch, also die Laura arbeitet bei uns im Partnerschaftenmanagement, wurde mir heute noch ein Kopfhörer für geschlagene 700 Dollar vorgeschlagen, ob ich nicht Lust habe, sowas zu testen. Wo ich dann, so ihr meintet, so ey, in Zeiten von Google Translate oder so sehe ich eigentlich nicht, dass irgendwelche Leute 700 Euro für sowas ausgeben. Und ich glaube, sowas bestätigt das dann noch mehr, dass du eigentlich keine externe Präferie dafür brauchst, sondern dass das irgendwie sich alles in Smartphones integrieren wird. Und ich finde das irgendwie alles so ein bisschen so cool, dass es die gibt, aber diese Vermarktungsstrategie ist schon hart. Also ich meine, Google hat ja auch, wir erinnern uns alle an die Memes von der Google Präsentation, wo halt einfach irgendwie so jedes dritte Wort AI war. Und wenn man das als Trinkspiel gemacht hätte, wäre man wahrscheinlich danach im Krankenhaus gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber, ja, weiß ich jetzt nicht. iPhone hört sich für mich schon so nach harter, nach harten Marketing an, so irgendwie. Und es ist so, ja, also. Ich finde, es sind auch noch so teilweise immer so ein bisschen Gimmicks. Ja, genau. Also es gibt auch einen Recorder, der kann das dann, also wenn du eine Sprachmemo aufnimmst, kann dir das Sprechern zuweisen und transkribieren und dir eine Zusammenfassung erstellen. All das ist irgendwie möglich. Aber es ist noch nicht so dieses krasse Feature, was ich jetzt irgendwie erwarte. Außer eins, wo ich jetzt gar nicht so weiß, ob ich das so in die KI-Ecke schieben würde. Es ist da irgendwie so drin. Sie haben mit Google so eine neue Funktion. Da habe ich heute auch gelesen, dass das in Amerika jetzt auch auf allen Smartphones startet. Also das ist wohl jetzt erst mal zeitexklusiv irgendwie in Europa bei Samsung oder so. Vermutlich gibt es da auch noch wieder irgendwelche Datenschutzbedenken, die Samsung dann hier geklärt hat. Keine Ahnung. Das nennt sich Circle to Search mit Google. Das heißt, du drückst auf deine Touchbar oder auf deinen Homebutton. Dann öffnet sich quasi so ein, ja, also dann ist es an. Dann kannst du auf was einkreisen auf deinem Bildschirm. Und dann wird das quasi wie bei Google Lens gesucht. Hier habe ich zum Beispiel so eine Krähe gesucht von so einem YouTube Thumbnail. Dann hat es mir gezeigt, was das für eine Krähe ist. Dann hat was von Google Lens. Bloß halt eben, dass das halt in Fotos ist, ne? Genau. Also du kannst das mit allem machen. Ich habe zum Beispiel ein Foto von meinen Schuhen gemacht. Und dann findet ihr dir auch automatisch den Schuh. Den kannst du dann kaufen. Sowas halt. Es ist halt einfach convenient. Du musst nicht mehr in Google Lens oder so reingehen. Und das ist eine Funktion, die es schon damals gab. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Das hieß Google Now, soweit ich weiß. Und da konntest du auf deinen Homebutton drücken. Und dann hat er dein Screen gescannt. Und dann konntest du da Sachen suchen. Und das haben sie irgendwann entfernt. Und anscheinend ist das jetzt endlich die Rückkehr von dieser Funktion. Wo ich auch immer in irgendwelchen Foren lese. Ja, bringt das doch endlich mal wieder zurück. Das war so gut. Google hat es gemacht. Es hat die KI-Revolution aber anscheinend dafür gebraucht. Ich habe irgendwie das Gefühl, so diese ganzen, also wenn man sich so ein bisschen mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt hat in der Vergangenheit. Und gerade im letzten Jahr ging ja unglaublich viel. Was dann alles für so, was da so an KI-Tools so hochkam. Da sind das halt im Prinzip alles Feature, die es auf irgendeine Art und Weise mit irgendeinem Tool schon gab. Ob das jetzt, keine Ahnung, die Photoshop-Beta ist, mit dem Bilder erweitern. Ob das jetzt, ja, halt eben die Geschichte ist hier mit dem ehemaligen Google Now. Was halt irgendwie so die ganze Zeit dann auch ja irgendwie über Google Lens schon da war. Oder halt eben viel Fotozeug, was halt Google letztes Jahr auch schon vorgestellt hat. Viel mit KI gesagt hat, aber halt irgendwie nicht so KI genannt hat dann letztendlich im System. Und deswegen, also es ist cool, dass sie das alles in das System reingebracht haben. Und das halt quasi so, dass du halt quasi kein Tool mehr dazu brauchst. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an das, was Apple immer macht, so coole Apps nehmen und die halt einfach in das System integrieren. So, irgendwie kommt es mir so ein bisschen so vor. Und das macht das Handy, denke ich, auf jeden Fall besser. Was mich dabei jetzt so ein bisschen stört ist, es ist ja im Prinzip nur Software. So, das könnte man halt auch einfach nachpatchen auf ein S23. Das könnte man, glaube ich, ist die Frage. Also, das ist ein Ding, also es ist teilweise On-Device und teilweise in der Cloud. Das haben sie auch durch so, ich weiß nicht, ob es im System tatsächlich nochmal gezeigt wird. Du kannst auch einstellen, dass du das nicht möchtest, dass du Cloud-Funktionen haben willst. Dann werden die deaktiviert. Das ist auch anscheinend wichtig für so Geschäftskunden, damit halt nicht irgendwelche Daten in die Cloud geladen werden, die da nicht landen sollten. Aber sonst läuft das dann auch On-Device. Und da bin ich mir nicht sicher, ob dann der 8Gin 2, die NPU, so schnell genug dafür ist. Weil diese On-Device-Dinger, die haben tatsächlich ein paar Sekunden teilweise gebraucht zu laden. Aber wenn du sagst, also die RL-Funktion gibt es schon auf dem 24 und auf dem Ultra, oder? Ja. Ja gut, dann bist du ja sowieso auch mit dem Exynos zugange, ne? Der soll ja schneller sein als der 8Gin 2. Also vielleicht patchen sie es auch noch zurück. Wer weiß. Weil es kamen jetzt noch so Informationen raus. Ich glaube, es ist auch noch nicht so offiziell so, was passiert da, wie viel kostet das? Weil anscheinend ist die Galaxy R nur temporär kostenlos. Also es gibt da irgendwie so Footnotes irgendwie kostenlos. Ich habe das Gefühl, dass das ein Trend wird, ne? Dass halt irgendwie ganz viele, so wie bei den Fitness-Trackern und gerade bei diesen Fitness-Ringen und so, so dass dieses Ganze, dass da ganz viel Abo-Zeug kommt auf und zu. Das nervt mich richtig hart, ne? Hier das JetGPT Plus. Ja, das ist ganz schlimm. Microsoft hat gerade Copilot Pro da irgendwie für Windows. Ich habe das Gefühl, das ist gerade ein richtiger Trend, diese ganzen Software-Services. Also keine Ahnung, ich meine so Alterhut sind ja so diese ganzen Streaming-Dienste, die jetzt ja aber auch immer vehementer, immer teurer werden. Und jetzt halt eben fängt das an mit so Fitness-Software, die man bezahlen soll. Noch mehr Abos, das ist doch schön. Ja, es ist halt einfach eine so schöne Kostenfalle. Es ist halt einfach so toll. Die Leute bezahlen dafür einmal im Jahr, benutzen es nicht und dann im Jahr drauf merken sie, oh, hier sind sie ja 30 Euro von meinem Handy, von meinem Konto abgegangen. Muss vielleicht mal kündigen. Muss ich mal kündigen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, so ist das. Was noch vielleicht interessant ist, weshalb sie vielleicht das auch bezahlen müssen, ist, diese ganzen Modelle basieren anscheinend auf den Google Large Language Models teilweise. Sie arbeiten da zusammen mit Microsoft und Google. Mit Bart dann? Ja, die haben ja quasi ihre verschiedenen Modelle und darauf basiert dann auch Bart zum Beispiel. Also die verkauft dann Google auch. Also die kann theoretisch, glaube ich, jeder nutzen, der bereit ist, Google dafür zu bezahlen. Es ist irgendwie interessant und es ist auch irgendwo so ein Ding, Samsung ist da sehr offen gefühlt. Also die arbeiten lieber mit Partnern zusammen, als dass sie das irgendwie alles selber machen. Anscheinend, ich habe das irgendwie so, wie so ein Bruch in Erinnerung, so als Samsung sich Wear OS zum Beispiel angeschlossen hat, weil damit hatte man ja mit Tizen damals eher so das Gefühl, dass sie eher so den Alleingang machen wollen. Und ich habe das Gefühl, da haben sie gemerkt, so wir haben diesen einen Konkurrenten Apple und an den kommt keiner alleine dran. Vielleicht sollten wir auch einfach uns alle, die Großen zusammentun, um da diesen einen anzugreifen. Ich habe gesagt, das ist ja sowieso irgendwie immer so mein Take, irgendwie so ein bisschen, dass es eigentlich so das, was wir in den ganzen letzten Jahren hier mit China Gadgets auch erlebt haben, dass es so ganz viele Smartphone-Hersteller gab, so keine Ahnung, Vivo, Oppo, Xiaomi natürlich, Redmi irgendwo, halb Xiaomi, aber und Realme und hast du nicht gesehen. Grundsätzlich, wenn man es mal ganz, 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 ganz streng nimmt, braucht es original zwei Handyhersteller auf dem Markt und das ist eins mit dem iOS-Betriebssystem und eins mit dem Android-Betriebssystem. Ja, klar. Das ist ein überspitzter Take, natürlich. Aber dass der Markt zu breit ist, das ist halt einfach ein Fakt. Und das ist ja auch, das sieht man ja auch ganz oft, ein Markt wird groß und dann zieht er sich wieder zusammen. Ich glaube, wir sind gerade echt in so einer Phase, wo es wieder kleiner wird und da muss Samsung, die natürlich ein krasses Standing haben, die haben eine Menge Konkurrenz von den Chinesen bekommen, haben auch Konkurrenz von Google bekommen und ich meine, Google hat halt echt viele Vorteile, ein eigenes Handy rauszubringen und die haben ja, ich sag mal so, die haben sich nicht so angestrengt wie ein Xiaomi und haben trotzdem mittlerweile ganz gute, ganz, ganz gute, ganz gutes Standing auf dem Markt mittlerweile mit den Google-Fundern und vor allen Dingen einen guten Ruf, weil Google halt eben diese blöde Software hat, die alle brauchen und alle sind davon abhängig und da denkt sich Samsung wahrscheinlich auch, okay, wir müssen halt eben auch schauen, wie wollen wir jetzt unsere Ressourcen in der Zukunft verbraten, sag ich mal, und auch unser Geld, wo können wir uns halt eben von Google abheben und wo haben wir gegen Google halt auch einfach keine Chance und dann ist es halt einfach besser, okay, der Feind meines Feindes ist mein Freund, wenn man den jetzt mal China als den Smartphone-Feind mit den vielen anderen Herstellern, die halt auch irgendwie was können nimmt, sondern dann sagt man sich wahrscheinlich, okay, wenn wir langfristig mit bestehen wollen, dann nehmen wir wahrscheinlich eher lieber Google als Partner dazu und dann ist Google halt da, wir müssen uns mit Google irgendwie als Konkurrenten anfreunden, aber gleichzeitig sind sie auch irgendwie unsere Freunde und dafür stechen wir dann halt zusammen, überspitzt gesagt auch, alle anderen Android-Hersteller so ein bisschen aus. Ja, muss man sie sehen, aber wo sie noch eine kleine Überraschung hatten, waren bei dem Main-Event, wo sie das Handy quasi vorgestellt haben, da haben sie das erste Mal den Samsung Galaxy Ring vorgestellt, beziehungsweise gezeigt. Es war eigentlich nur so eine Animation, die auf einem Bildschirm lief, also es gibt noch nicht so wirklich Informationen, außer dass es so ein Health- und Wellness-Ding sein soll, also es wird ein Fitness-Ding sein, vielleicht kann man damit auch bezahlen, aber vermutlich nicht der Fokus und es ist ja schon lange ein Gerücht gewesen, dass Samsung da was entwickelt und anscheinend, wenn sie es jetzt schon zeigen, wird es dieses Jahr ja auch schon was. Also bin ich gespannt, das ist ja gerade ein krasser Trend. Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich ein krasser Trend, wir merken das ja auch bei uns, das Interesse an diesen Ring ist da, die Ringe haben für manche Sachen echt Vorteile, ich denke mal, da wird es halt vor allen Dingen so, keine Ahnung, was misst man denn mit Blutsauerstoff, Herzfrequenz, Schlaftracking ist ja wirklich ein Ding und ich finde es halt tatsächlich auch angenehmer, wenn man Schlaftracking betreiben will. Ich persönlich möchte mir nicht von meinem Handy sagen lassen, ob ich gut oder schlecht geschlafen habe, weil das, ja, ich finde das ist glaube ich beeinflusst, also ich finde das beeinflusst. Wenn ich, wenn ich, ich stehe auf morgens, fühle mich ganz okay und dann sagt mir mein Handy, also du solltest dich jetzt schlecht fühlen, dann fühle ich mich glaube ich schlecht und wenn mein Handy sagt, ich sollte mich gut fühlen, dann fühle ich mich glaube ich gut und ich glaube so ist es halt so, wie es ist einfach. weißt du, aber ich glaube für viele Leute ist es tatsächlich ein Ding und es gibt ja auch, es gibt ja den, ich glaube der Aura Ring, Aura, Ura, 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 wie auch immer, der ist auf jeden Fall ja gerade so das Ding. Ja, die sind halt auch schon lange dabei. Genau, die sind auch schon lange dabei. Wir hatten jetzt noch eine Alternative von, von Ultra Human, die Tracking mäßig aber irgendwie nicht ganz so gut war. Ah, okay. Ja, ich hab da, mein Torben hat da, hat da noch kein Video zu gemacht, aber wir haben da mal ein bisschen abgeglichen zwischen den Daten, ähm, von Health und, äh, dem Ring, so und das war, also, das eine hat gesagt, irgendwie er hätte 4,000, also der Ring hat gesagt, er hätte 4,000 Kalorien verbrannt. Sein Handy hat gesagt, er hätte 1,000 Kalorien verbrannt. Also das war so in der Differenz schon irgendwie ein bisschen komisch, muss man vielleicht, wahrscheinlich nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, aber jetzt auf den ersten Blick sah es nicht ganz so akkurat aus, ähm, und ich find's tatsächlich auch cool zu bezahlen. Also klar, es wird nicht das Main Feature sein so, sondern es wird eher wahrscheinlich vollgestopft mit irgendwelchen Sensoren sein, die halt alles mögliche, alle möglichen Parameter zum, im, im Fitnessbereich irgendwie, im Körperbereich irgendwie überwachen, aber an der Kasse zu stehen und dann halt einfach so vor dieses komische Gerät so, wie, weiß ich nicht, es hat schon irgendwie, hat schon was Cooles. Hat schon was, hat schon was. Ja, was die Apple Watch jetzt nicht mehr hat, ist Blutsauerstoff, denn da haben wir auch schon drüber geredet, im Dezember, da hat Massimo den Gerichtsprozess gegen Apple gewonnen, wo sie quasi sich darum gestritten haben, dass Apple diese Funktion geklaut hat, von Massimo. War da nicht irgendwie was mit irgendwelchen Mitarbeitern, die da irgendwie übergelaufen sind, und man hat einfach irgendwelche Techniken nachgebaut, die man eigentlich schon bei dem vorherigen Arbeitgeber gebaut hat oder so. Ja, genau so, so war das, und dann haben sie sich noch so ein bisschen aus der Schlinge gewunden und haben das nochmal so verzögert, und jetzt wurde das nochmal, ja, quasi festgestellt, dass das so richtig war, und jetzt darf Apple nicht mehr diese Blutsauerstoff-Funktionen so anbieten, und was macht Apple? Sie entfernen das aus ihrer Watch, also damit sie die jetzt weiterverkaufen können, haben sie das Feature entfernt, auf der amerikanischen Seite von Apple, steht jetzt oben, der Apple Watch no longer supports Blood Oxygen Tracking. Ist wahrscheinlich günstiger, das so zu machen, als das Ding nicht mehr zu verkaufen. Ja, also die müssten die vermutlich sogar vernichten, glaube ich. Aber wie ist das denn eigentlich mit Geräten, die verkauft sind? Also wird das dann nachträglich, wird das dann jetzt nachträglich quasi die Software dafür rausgepatcht, wenn man ein Update macht? Oder wie ist das? Da bin ich mir gar nicht sicher, wie es läuft. Also ich glaube, es darf noch benutzt werden, die dürfen nur nicht mehr neue verkaufen damit. Hm, okay. Aber ich weiß auch nicht, wie das mit einem Software-Update dann aussieht, ob die da nochmal was verändern dürfen. Könnten sie ja, sie könnten ja quasi die Funktionen aus dem System entfernen. Ja, aber dann ist der Sensor halt tot. Naja, dann hast du halt erstmal einen Gerichtsprozess wegen falschem Werben. Du kannst ja nicht einfach eine Funktion aus irgendwas entfernen. Struggle is real. Ja, ja. Frag mal bei VW nach, wie das ist, so eine Klage in den USA. Ja. Ja, ich wollte ja richtiger Böse-Zung sagen, es wäre ein China-Move. Ja, es ist lustig, weil ich weiß, dass du durch die Themen weitergeguckt hast. kommen wir dazu, dass Huawei von AVM ab sofort Geld haben möchte. Echt? Weil die meinen, dass ihr Wifi-Patent ja, verletzt worden ist. Übrigens auch von Amazon, Netgear und Stellantis. Verdammt. Es geht um Wifi 6 und das war auch schon im Dezember, dass da ein Münchner Gericht entschieden hat, dass das so ist. Ja. Fritzbox ist das, woher kommt das Unternehmen? Ist das ein deutsches Unternehmen? Ist Fritzbox ein deutsches Unternehmen? Genau. Krass. Ich wusste gar nicht, dass wir noch irgendwas leisten im Technikbereich. Ja, tatsächlich. Aber da haben sie anscheinend einen Patent von Huawei verletzt, wo es um Wifi 6 geht. Ja. Und Huawei will von den 50 Cent pro Fritzbox als Lizenzgebühr haben. Das will AVM nicht zahlen. Und der Verkauf ist demnach jetzt verboten. Und auch AVM will das per Software Update lösen, indem sie diese Funktion deaktivieren. Da rollen gerade anscheinend die Updates aus. Ich habe es gerade irgendwie andersrum verstanden, dass AVM das Huawei das Patent gebrochen hätte. Aber AVM hat das Patent. AVM hat das kleinen Schlingel. Ja. Und ich finde es irgendwie so ein bisschen lustig, dass Huawei irgendwie so in der anderen Rolle steckt. Ja gut, aber ich meine in diesem ganzen ja, aber in diesem ganzen ist es halt wieder so, in diesem ganzen die, ich glaube, also was dieses ganze, also es ging ja auch über 5G, Ausbau und so weiter, da war Huawei ja sehr maßgeblich auch daran beteiligt. Ich glaube schon, dass die in dem Bereich, genauso wie in der Akkutechnologie, ich meine, China hat schon seine Stärken so, bei den Prozessoren halt nicht so, da muss man halt was sich erschmuggeln vielleicht hier und da mal noch. aber, ja krass, das heißt ja ganz schön doof für AVM. Ja, blöd gelaufen, was vielleicht auch in Zukunft blöd läuft, ist Namensbenennung, weil ich hatte schon immer so das Problem, also wenn man so drüber spricht, Realme und Redmi kann man schon leicht verwechseln und ich würde sagen, so die Note-Reihe von Redmi ist schon so so das Aushängeschild. Absolut, ja schon seit Jahren, also wir sind da ja bei China Gadgets auch schon seit quasi dem ersten Redmi Note im Prinzip mit dabei und das war ja so, also neben den Xiaomi Hauptgeräten, also früher war ja die Struktur ganz anders bei Xiaomi, das war ja, das war eine schöne Zeit, da hatte man quasi das Xiaomi Mi Flagship Handy und halt eben das Xiaomi Redmi Note als Mittelklasse Handy, das war toll, das war einfach toll, hatte man nicht mehr, das war super und dann hat sich das als Mittelklasse Marke echt gut etabliert und war auch glaube ich so fast noch das neben den Xiaomi Flagships fast noch das interessante Gerät, würde ich fast sagen. Ja, und jetzt hat sich Realme gedacht, wir machen jetzt auch ein Note und damit gibt es jetzt auch ein Realme Note, was zu 100% zur Verwirrung führen wird, wenn das im gleichen Markt verfügbar ist, Realme gibt es ja aktuell immer noch wegen gewisser Gerichtsurteile auch, nicht in Deutschland, aber also Realme Note und Redmi Note ist schon wieder sehr nah aneinander. Aber Realme sowieso ja gerne auf Patentsrechtsverletzungsbasis unterwegs, habe ich manchmal das Gefühl. Oder, also nein, das weiß ich nicht, aber es ist schon des Öfteren vorgekommen, beispielsweise Dynamic Island, ja, also da kam ja auch immer was von Realme, irgendwelche neuen Apple-Kopfhörer, da kommt immer irgendwas von Realme, also Realme, also Realme ist immer genau das, also ich finde Realme ist so ein bisschen vom BBK-Konzern, so dieses, die ähneln gerne irgendwas. genau, die sind die, mit der, die Marke, wo sie sagen, ja komm, mit Realme machen wir das einfach nach. so wirkt es oftmals auf mich. Ja, gut möglich, ähm, wie überleite ich jetzt dahin? Ich glaube gar nicht. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist, äh, Twitch hat jetzt wieder die Streaming-Plattformen so für Gaming, mittlerweile auch mehr Lifestyle, so, ich würde einfach sagen, das ist so die größte Livestreaming-Plattform, so zumindest im westlichen Bereich. Ja. Die mussten einige Mitarbeiter rauswerfen, ein Drittel tatsächlich. 500 Stück oder so, ne, da war doch auch irgendwas mit, war das denn, von irgendeinem Markt sind die doch auch weggegangen, war das nicht? Ja, Korea mussten sich schließen, weil, weil da gibt es mit dem Internet das, ganz, ganz schwierig, so Netzneutralität, der gibt es da nicht mehr so wirklich, glaube ich, da muss man Geld zahlen, damit man das nutzen kann, als Unternehmen und das hat sich wohl nicht mehr gelohnt. Das kann sein, dass da auch ein großer Teil weggefallen ist jetzt. Ja, also so hatte ich das zumindestens mal gehört, dass das irgendwie auch zum Teil zumindestens damit zusammenhängt, dass halt auch Märkte weggebrochen sind. Ja, und der CEO Dan Clancy hat jetzt in einem Interview gesagt, dass sie immer noch nicht profitabel sind und dass quasi Amazon da weiter so Geld reinbuttern muss, damit die Plattform überhaupt existiert. Und das finde ich interessant, weil das war auch so ein Ding, was jahrelang so YouTubes Sache war. Und soweit ich weiß, ist YouTube mittlerweile profitabel, weil sie sich das mit der Werbung gut aufgebaut haben. Ja, weil sie jetzt halt auch einfach frech viel Werbung schalten. mittlerweile ist es halt wirklich, also ob du jetzt, also Amazon Freebie oder YouTube macht gar keinen Unterschied. Also das ist schon, also jetzt gerade so in der Vorweihnachtszeit haben die nochmal eine ordentliche Ad-Chupe draufgelegt, so wie ich das sehe. Aber, ähm, bei Twitch funktioniert das anscheinend nicht. Da finde ich die Werbung auch schon extrem nervig, aber profitabel werden sie wohl dafür. Ja, und da wurde dann noch auch irgendwie gesagt, dass Twitch Prime irgendwie nur noch in irgendeiner Art und Weise bestehen bleibt, aber es wohl sich so ein bisschen so anhört, als würde Twitch Prime vielleicht, ja, jetzt nicht, nicht ganz abgeschafft, aber dass man vielleicht irgendwie sowas macht, wie so, jo, also Twitch Prime aber hat doch einen Wert von vier Euro, genau, dass man dann vielleicht, dass es vielleicht so sein könnte, also hörte sich das zumindest so ein bisschen an, als dass es man vielleicht nur noch so ein halbes Twitch Prime Abo dann hat. Ja, ja. Vielleicht, dass man sagt, so ja, okay, also zwei Euro zahlst du zu und zwei Euro, also zwei Euro zahlst du und zwei Euro zahlt Amazon beispielsweise oder so. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich bin gespannt auf, wie sich das dann für die Streamer selbst überhaupt noch rentiert, weil ich meine, wie viel Prozent von den Abos sind denn Twitch Prime Abos, die die haben? viele. Ja, viele. Also ich glaube, der Share ist da auch schon schlechter als bei einem richtigen Abo, also das ist nicht so wirklich viel Geld, ich glaube, die kriegen dann da vielleicht ein Euro raus insgesamt mit Gebühren dann vielleicht auch noch. Aber da, also das ist auch schon ein Gedanke, den ich habe, so bei diesen Abos, wenn die wegfallen. Ich finde, das Amazon Prime Abo wird immer unattraktiver. Also man zahlt da, glaube ich, mittlerweile 90 Euro und man schaut jetzt auch noch Werbung, wenn man Prime Video schaut, irgendwie, ich glaube, die Cloud für Fotos oder so. Das ist ja im Prinzip indirekt auch eine Preiserhöhung. Ja. Es ist ja im Endeffekt, also weniger Leistung zum gleichen Preis oder weniger Leistung zum höheren Preis ist ja eine indirekte Preiserhöhung. Es ist ja quasi so eine Mogelpackung wie, wir machen das Produkt teurer, aber es sind 50 Gramm weniger drin. So, das ist ja genau das Gleiche. Stimmt. Ja, ich bin mal gespannt. Also, keine Ahnung, auch Twitch-Streamer verdienen ja eigentlich ihr Geld nicht mit Twitch, sondern eigentlich ja viel mehr mit den Reuploads auf YouTube, wo halt eben ja auch viel mehr Leute, also keine Ahnung, oder halt eben ein Zusammenschnitt, wenn du halt eben sagst, okay, du bist jetzt vier Stunden live, dann hast du für Twitch vier Stunden Arbeitszeit investiert, aber dann machst du halt das YouTube-Video dazu und also die gucken dann vielleicht, wenn du ein großer Streamer bist, 20.000 Leute zu, dann lädst du halt eben einen Zusammenschnitt oder wie auch immer auf YouTube hoch mit dem Highlight so und dann macht das halt irgendwie 300.000 Aufrufe, wenn 300.000 Aufrufen auf YouTube mit Werbung geschaltet bei einem 20-Minuten-Video verdienst du ja deutlich mehr als in den vier Stunden auf Twitch. Stimmt schon, ja. Ja, ich bin sowieso gespannt, wie sich das alles mit Twitch entwickelt, wenn Twitch halt irgendwie unattraktiver wird und dann halt eben ja sowieso mit anderen Streaming-Plattformen, mit schmutzigen Casino-Geld locken, wie sich das dann so weiterentwickelt mit Twitch, ob dann nicht dann vielleicht doch irgendwann mehr Leute sagen, hey, die halt vielleicht so, naja, vielleicht so Leute, die halt auch Werbung für Nestle machen in ihren Videos weiterhin, dass die sich dann vielleicht sagen, ja komm, kann ich ja auch mit so einem, kann ich ja auch Casino-Geld annehmen von, 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 wie heißt die Plattform? Da haben wir gesagt. Von Kick, genau. Ja, von Kick irgendwie vielleicht. Steak, Kick, dieses Online-Krypto-Casino. Ja, ich bin gespannt. Mach mal schauen, wie sich das entwickelt. Voll, voll interessant, auf jeden Fall. Ja, was ich auch jetzt interessant finden würde, ist, ob du eine Empfehlung der Woche hast. Verdammt, Fabian, warum sagst du mir das denn jetzt? Das Blöde ist, ich bin gerade auch im Überlegen, ob ich überhaupt eine habe. Also, meine Empfehlung der Woche ist auf jeden Fall, es gibt eine Sache, die ich in meinem Auto habe, die ich nie benutze, die ich aber in dieser Woche sehr oft benutzt habe, und zwar ist das ein Schneebesen. Ich kann allen Leuten nur empfehlen, sich einfach mal so einen kleinen Besen in die Karre zu legen, für den Fall der Fälle, dass halt nächsten Winter, oder vielleicht auch noch diesen Winter, vielleicht doch noch mal der Winter einbricht. Das kommt immer seltener vor, aber ich glaube, ich habe in der vergangenen Woche mein Auto teilweise mehrmals am Tag vom Schnee befreien müssen. So, vor dem Sport, nach dem Sport, und deswegen ist ein Schneebesen meine Empfehlung der Woche. Ist vielleicht auch nicht so dumm, das zu machen, weil viele Leute fahren ja dann auch mit so einer riesigen Schneeschicht. Das ist vor allen Dingen auch verboten, da kriegst du auch, ich weiß nicht, ob es dafür Punkte gibt, aber wenn du damit einen Verkehrsunfall verursachst, weil halt irgendwie so eine Schneeplatte vor deinem Auto abrutscht, dann hast du auf jeden Fall ein Problem. Ja, würde ich auch sagen. Und ich glaube, mir ist auch noch was eingefallen. Tatsächlich, ich habe jetzt wieder so ein Slingbag benutzt, so eine kleine Tasche, für einige würden es irgendwie Tickertasche, glaube ich, tatsächlich nennen. Ist auch echt praktisch, so, wenn man so kleine Dinge irgendwie wie Kopfhörer nicht in die Hosentasche stecken will, oder so, finde ich auf Reisen immer. Ja, ich bin auch ein großer Fan von auf Festivals beispielsweise. da auch. So, da bin ich auch immer mit Bauchtasche unterwegs. Genau, Bauchtasche ist dann die Alternative. Ich habe so eine, die war auch viel zu teuer, weil ich hatte immer das Problem. Steht da gut, die drauf? Ne, Heimplanet. Oh. Das ist irgendwie so eine Outdoor-Marke. Okay, okay. Es gab irgendwie so, wie hieß denn die, Travelhacker oder so, da habe ich jetzt die Empfehlung. Ja. Ich hatte immer das Problem bei diesen Taschen, dass die mir mega den Hals irgendwie so aufgescheuert haben und das ist wie so ein Gurt vom Auto in der Qualität fast. Okay. Alles perfekt damit. Krass. Hat auch irgendwie für diese, ich weiß nicht, wie groß die ist. Nicht so groß, hat aber irgendwie 80 Euro gekostet, glaube ich. Aber es lohnt sich. Also muss man sich auch was gönnen. Manchmal muss man sich auch was gönnen. Was ihr euch jetzt noch gönnen könnt, ist vielleicht ein Abo auf YouTube bei Technik gesehen oder vielleicht eine Bewertung auf Spotify. Da kann man tatsächlich auch bewerten. Mit fünf Sternen. Genau, fünf Sterne würden uns freuen. Ansonsten könnt ihr das eurer Oma, euren Bekannten, euren Freunden, euren Arbeitskollegen natürlich weiterempfehlen. Und mich seht ihr dann nicht nächste Woche, weil ich habe auch Urlaub, genauso wie der Torben. Ich bin dann gespannt, was hier der Rest so auf die Beine stellt. Also wie ich das verstanden habe, könnt ihr euch auf Maike und Tommy freuen. Oh ja, die Kombination hatten wir ja auch schon mal. Tommy auch prädestiniert für gute Witze. Also wenn ihr das nicht verpassen solltet, solltet ihr auf jeden Fall nächste Woche wieder einschalten. Ja. Ja, dann haben wir jetzt ziemlich lange geredet hier. Tschüss. 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 Tschüss.